So, ahaha, die, das Karofi fragt gerade, was schätzt du an anderen Menschen? Da sagt man jetzt als Gutmensch, sagt man jetzt spontan natürlich sowas wie, ihre Offenheit. Was ich an anderen Menschen schätze, ich, Offenheit ist nicht immer eine gute Sache. Manchmal muss man auch wissen, wann man schweigt oder wann man vielleicht etwas diplomatischer an Dinge herangeht. Also Offenheit, was schätze ich an anderen Menschen? Ich schätze es an anderen Menschen. Also ich schätze an anderen Menschen natürlich, ah, ihre Anwesenheit. Das ist natürlich die typische Gronk-Antwort, aber eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich schätze... Ich habe ja noch da... Hä? Was habe ich denn da? Achso, ich wollte einen Querbalken machen natürlich. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, auf jeden Fall, ich schätze an anderen Menschen eigentlich... Das ist schwierig zu sagen. Es gibt so viele davon. Es gibt ja so viele Menschen, dass es echt schwierig ist zu sagen, was man an all diesen Menschen so als gemeinsamen Nenner schätzt oder was man schätzen würde. Ich glaube, ich schätze es, wenn man Menschen wirklich blind vertrauen kann. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich sehr zu schätzen weiß, die allerdings, äh... Erstaunlicherweise, die wenigsten Menschen erfüllen. Das muss man einfach mal sagen, dass man genau weiß, wann man zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, so Dinge zum Beispiel weitergibt oder nicht, wann... Also, so Menschen, die die P.T. haben oder... Alter, da steht ein Elefant auf dem Dach. Wieso steht da ein Elefant auf dem Dach? Wie der rumtanzt... Alter, auf dem Glasdach, bist du bescheuert? Hier runter vom Glasdach! Was macht der da? Wieso vibriert der? Klingelt sein Handy? Wieso... Voll majestätisch irgendwie, ne? Ich wünschte, ich hätte jetzt die Sniper dabei. Dann gib's heute Abend Steak. So... Ja, an Menschen auf jeden Fall... Ich schätze... Und menschliche Menschen, oder das, was man gern unter Menschlichkeit verstehen würde. Das schätze ich auch sehr. So, dazu gehört dann wiederum ein Hang zur Selbstlosigkeit. Der... Sag ich mal, auch nicht oft gegeben ist. Und ich glaube... Wobei... Selbstlosigkeit ist, glaube ich, kein menschlicher Zug. Das ist nur dieses menschlich, wie es gesellschaftlich gern erklärt wird. Menschlich sein. Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht... Ich glaube nicht, dass Selbstlosigkeit tatsächlich eine Eigenschaft ist, die man unbedingt der Rasse Mensch sofort zuorten sollte. Wenn man es mal im Großen und Ganzen allgemein betrachtet, sind Menschen doch eher Ego-Schweine. Und sehr bezogen auf sich selbst und auf ihren eigenen Mikrokosmos, sprich Familie und Freunde. Für die immer das Beste und für andere die Reste. Ich lese gerade hier bei Twitter wieder. Äh, kriege ich einen Keks. Bist du eigentlich... Ich muss mich mal konzentrieren aufs Spiel. Ich muss nämlich mal gucken, was ich hier machen wollte. Hier wollte ich nämlich tatsächlich... Ich muss hier erstmal eine Tür einbauen und dann muss ich mal gucken, ob ich nicht hier diesen Weg aus... Nee, abändern kann, weil sonst spawnen hier ja Viecher. Hier ist... Durchlass... Hier ist... Hier sind sogar zwei Durchlass, weil... Wieso eigentlich? Habe ich kein Glas mehr? Oder was ist... Hier habe ich vergessen, ne? Was ist... Wieso ist denn hier so anderes Holz? Was habe ich denn da gemacht? Was ist denn nur los gewesen? Da war ich doch besoffen. Die Ringe nicht fertig gemacht. Ist... War Minecraft da abgeschnitten? Ich weiß es nicht. Ich... Du siehst mich verzweifelt und... Rätselt und... Ratlos und... Na. Das ist da wahrscheinlich passiert. Wahrscheinlich hat, äh, diese Inventory Tweaks wieder... Das falsche Holz nachgelegt. So. Da. So. Haben wir denn noch Glas? Ich glaube ja, das war's. Doch, wir hatten was im Ofen. Wo ist es hin hier, Geilenshofen? Ach hier, ich möchte... Sofort mit jemandem... Schwurfen. Was? Nein, eigentlich... Gerade... Gerade hält sich noch in Grenzen. 64 Erde. Komm, Scheiß auf die Erde. Wir haben so viel und wir werden noch so viel haben. Jawohl, ich habe gerade Ergel... Äh, Ergel... Erde abgeschmissen. Weggeschmissen. Jule D. fragt, magst du das Krümelmonster? Wie kann man das Krümelmonster denn nicht mögen? Aber ganz ehrlich, ich bin ehrlich. Das Krümelmonster ist ein Scheiß gegen Supergrobi. Supergrobi ist einfach Held der Herzen und generell und überhaupt ist der... Der ist super. Dagegen ist Barney Stinson eine Lachnummer gegen Supergrobi. So. Auf jeden Fall, Barney Stinson ist eine lustige Sache. Ich finde das immer so witzig. Äh... Wie zum Beispiel die ganzen... Ich sag mal, auch hier wieder vor allen Dingen sehr viel jüngere Menschen... Ähm, 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 ähm... So ein bisschen homophob sind so, weißt du? Und immer... Ey, das ist schwul. Ey, das ist doch voll schwul. Ey, voll mega schwul. Ey, bist du oberschwul. Ey, du Schwuchteljunge, Mann. Weißt du? Und dann, äh, sind sie die ganze Zeit so unterwegs. Aber feiern dann wieder Barney Stinson. Ey, das ist so geil, ey. Der Barney, äh, Barney Stinson, ey. Ha, voll geil. Und, äh... Lustigerweise... Nicht wissen, dass der Schauspieler ja schwul ist. So, das Problem hier ist jetzt, glaube ich... Was ist denn da unten? Oh. Oh. Nun. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Wo war'n das? Hä? Wo war das jetzt? Bin ich... Bin ich doof? Hä? Ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz... Na, super. Äh, okay, hier war... Ach, hier, ach, da war ja schon alles zugebaut. Ach, Mann, ey. Was ist denn heute los? Ich bin so unkonzentriert, weil ich aber auch die ganze Zeit nach rechts gucke. Und da rauscht es gerade durch. Ich kann das kaum lesen. Ähm... So. Dann will ich die Fichtenholzbretter hier mal wieder aus... Auskleiden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier Fichtenholz lassen sollt... Fichtenholz lassen sollte. Und jetzt gucke ich mal... La, la, la... Das ist dann hier. Okay, pass auf. Dann baue ich das noch mal ganz kurz zu. Also weg. Also, ne? Wieso kann ich die jetzt nicht mehr aufnehmen? Was ist denn heute los? Pflasterstein. Ein Erde. Das letzte Ein Erde, oder was? Also, heute ist ja... Heute ist der Wurm drin. Wurm drin. Heute ist der Wurm drin. Da ist der Wurm drin. Der kleine Wurm drin. Seitdem ich die Sims Musik im Hintergrund laufen habe, kriege ich übrigens wieder viel mehr Fragen, äh, äh, wann denn das LP weitergeht. Das finde ich natürlich sehr beruhigend. Also, das Sims LP. Und, äh, ich kriege immer noch Fragen, ob ich Sims 4 Let's Playen werde. Was ich ja bereits mit einem dicken, runden Jahr beantwortet habe. Auf jeden Fall, sowieso, das wird, äh, mach ich sofort, äh, oh, und pipapo. So, warte mal. Jetzt will ich mal oben zubauen. Ich bin sehr unkonzentriert heute. Ich entschuldige mich bereits dafür. Bin heute aber auch schon ewig auf den Beinen, muss ich ja mal sagen. Ewig. Seit 5 Uhr morgens. Und inzwischen ist es... Naja, halb 8. Da kann man schon mal langsam einen Gang runterschalten. Schon mal ein bisschen gemütlicher werden. Und vor allen Dingen, ich muss mal gucken, wie kommen wir denn jetzt überhaupt hier... Ach so, wir kommen ja hier rum. Stimmt ja. Da haben wir uns ja quasi das Ding hier gebastelt. Lalalala. So, und dann muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich das... Hier mit der Seite mache. Sind das verschiedene Holzsorten? Das sieht so verschieden holzig aus. Da habe ich hier doch wieder eine andere Holzsorte verwendet, oder? Es ist nicht diese Holzsorte. Weißt du was? Jetzt reicht es mir aber langsam. Jetzt äh... Also das kann ja nicht an mir liegen. Nur. Welche ist das Richtige hier? Han-Yi? Welche ist das Richtige? Keins von beiden. Ich weiß, es gibt inzwischen bestimmt schon Neues. Das tut mir sehr leid. Chroma Hills. Ach, da diese ganzen Versuche, die ich gemacht habe. So. Spür mal mit einem vernünftigen Texturenpack. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wahrscheinlich alles komplett falsch. Ich habe den Boden hier aus Holz gemacht und die Seiten und das Ding hier in der Mitte aus dem anderen Holz. Zumindest erkennt man jetzt mal wieder, was hier los ist. Das weiß ich doch nicht, was ich hier gebaut habe für ein Kack. So, zwei Fichtenholzbretter habe ich noch. Na, dann kannst du ja richtig losgehen jetzt. Schneid dich mal an. Hier, guck mal. Siehste? Fertig. So, pass auf. Da mache ich mal ein Fichtenholzdeck. Mach ich mir da noch hin. Und weil ich so lustig bin, weil ich so wagemutig bin. So, hast du in nächster Zeit nochmal vor, das Let's Show weiterzumachen? Oh, ich bin so doof. Wird gerade gefragt. Äh... Moment, jetzt habe ich gerade ein Problem. Ich schmeiß die Apple weg. Holz, 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 Holz. Dann bringe ich erstmal ganz kurz die Saplings weg. Denn die Apple möchte ich... Im Prinzip möchte ich die Apple ungern verlieren. So. Alter, ich mache immer eh... Ich bin so starbar und fixiert gerade. Hier kann ich gar nichts reinpacken. So, das ist natürlich total gut gewesen. Egal, wir machen da... Komm, wir räumen das später auf. Ich mache das erstmal so. Die 39 kann ich ja gleich noch gut brauchen. So, theoretisch... Äh, theoretisch könnte ich auch erstmal anders weitermachen. Dann muss ich nicht das ganze Obergeschoss hier ausbauen. Bis ich da weitermachen kann, wo ich weitermachen wollen würde. So. Der Balken wird natürlich durchgezogen. Hier oben ist die Terrasse, die dann beendet ist. Dann kommt man über die Terrasse hier natürlich ins Obergeschoss. Da ist immer noch dieser Elefant. Der versteckt sich jetzt. Scheiß Camper. Der Steve fragt gerade... Welche Bedürfnisse sind für dich die wichtigsten? Pfff. Fängt ja schon mal bei Atmen an. Und Essen. Und so. Also so rein als menschliches Bedürfnis, muss man sagen, vielleicht die existenziellen. Das sind dann tatsächlich die wichtigsten, weil ganz ehrlich, probier doch mal eine Woche ohne Atmen zu leben. Ist meistens scheiße. Merkst dabei erst hinterher. Eine Woche ohne Essen könnte vielleicht sogar noch gehen, wenn man willensstark ist oder fett. Aber auch da ist scheiße. Würste merken. Will man nicht unbedingt. So, ich hab jetzt da hinten zugebaut. Hier ist natürlich so ein schöner, dicker Durchgang. Warum da hinten jetzt alles hier mit diesem Fichtenholz ausgebaut wurde, weiß ich gar nicht. Eigentlich möchte ich doch hier... Dann hätte ich mir das ja auch sparen können mal wieder. Wieso, wieso hab ich denn hier mit Fichtenholz überhaupt angefangen? Ich verstehe das gar nicht. Das ist ja nur für die Außenwände. Das muss ich mir erstmal ins Bewusstsein rufen. Und dann mach ich mit dem anderen Holz weiter. Mit dem Eichenholz. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert mal wieder. Aber ich bin verwirrt, warum ich das überhaupt damals so gemacht habe. So, pass auf. Machen wir den hier. Den hier. Dann weiß ich Bescheid. Ne. Java funktioniert nicht mehr. Alter, leck mich doch am Sack. Das darf doch nicht wahr sein. 24 Minuten. Das ist doch unfassbar. Warum ist das denn so? Jetzt einfach mal so. Na ja gut. Ich muss dann nochmal kurz unterbrechen. Das tut mir sehr leid. Bis gleich. Mann ist das. Das ist doch unfassbar. Hallo und herzlich willkommen zurück in einer dritten Pimpsaufnahme hintereinander. Immerhin haben wir ja schon 30 Minuten in dieser Session geschafft. Das ist ja unfassbar. Das reicht ja sogar schon für anderthalb Folgen. Wow. Da bin ich richtig... Ich hab mal ganz kurz geguckt, wie die Boxen auch aus sind, damit ich mich nicht selber noch aufnehme. Oder irgendwas wieder schief geht. Da bin ich auf jeden Fall richtig safe jetzt für die nächsten 10 Tage, in denen wir unterwegs sind. Na ja, ein bisschen muss ich jetzt noch durchhalten. Es tut mir sehr leid an... Ich frag einfach gar nicht. Ich, ich, ich... Das will ich gar nicht wissen. Wenn die will's wissen. Ähm, ja auf jeden Fall, ich muss noch ein bisschen Gas geben. Sonst, äh... Also wenn Minecraft weiter abschmiert, dann hab ich echt ein Problem. Dann kann ich über die Bahamas Tage nämlich sonst nix abliefern. Weißt du, hier so Minecraft-technisch. Dann fallen die Folgen in der Zeit aus. Und das wäre mir nicht so recht. Wow, sieht das symmetrisch aus. Ich bin total gefl... Das ist doch das... Hä? Das kann doch nicht richtig sein. Das ist doch voller, voller schiefe Drang hier irgendwie. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, soviel zu meinem geraden Auge. Ich bin einfach ein Meister der Begradigung. Auch nach drei Jahren hab ich Symmetrie einfach im Blut. Muss man sagen. Im Blut schon, nur im Kopf nicht. Im Blut bringt's mir nicht. Tss. Nicht tss. So. Äh, da kommt dann hin. Glaaaaaaaas. Ich bin mir mit dem Glas noch nicht ganz so sicher. Aber vielleicht machen wir da einfach... Vielleicht später noch Fenster rein. Ich weiß noch nicht genau. Ich wollte mir noch Fenster bauen. Jetzt hab ich mir das normale Glas gebaut. Jetzt muss ich einfach wieder klarkommen. Hab mir nämlich grad ne Pause gemacht. Ne, Emma? Richtig. Richtig. So, Psychoku. Ich liebe das übrigens. Ich. Alter, was ist denn hier heute los? Oh, die fühlen sich ertappt. Ich geh wieder weg. Ähm, auf jeden Fall. Das Glas hier haben wir rausgenommen. Und ich wollte jetzt ursprünglich nämlich... Das kann ich ja eigentlich mal hier machen. Ne, das kann ich nicht da machen. Das muss ich hier machen. Äh, Platz. Ich wollte auch Platz schaffen. Fällt mir gerade ein. Oh, das... Alter, ich weiß gar nichts mehr. Hier, guck mal. Das... Mach ich dann eben so. Zack. Dann haben wir jetzt 64 davon. Und mehr geht, glaube ich. Und 16 haben wir dann auch noch davon. Ach, scheiße. Man muss jetzt gucken, wie ich das mache. Weil die Glasblöcke kann ich sonst nicht mitnehmen. Und die beiden hier... Lohnt sich auch nicht. Schmeiß dich weg, weil ich so ein Dekadent bin. Scheiß Wegwerfgesellschaft. So. Und jetzt mache ich mal das Glas. Von dem... Da haben wir 48. Da lohnt es mir fast gar nicht, den Stack zu wechseln. Das kostet wieder mehr Zeit, als wenn ich hier einfach mal so hin mache. Fertig. Das neue Haus ist fertig. So. Und ich habe mir gedacht, wenn wir hier zum Beispiel diesen Vorgarten haben, ne? Und hier haben wir... Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich wollte... Ich hatte überlegt, ob ich nicht... Das ist ein bisschen doof. Ich muss das gerade mal erklären. Drei Kühe tanzen auf dem Zaun und ein fetter Elefant steht im Vorgarten. Der Vormals noch auf dem Dach war. Ich frage einfach gar nicht. Heute ist hier... Also das ist ja ganz merkwürdig. Hier Bramstierleben oder Brems. Wie heißt denn der? So. Ähm, 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 ähm. Pantoffel fragt gerade. Warst du mehr Pokémon oder Digimon-Fan? Habe ich beides verpasst? Also es ist beides haben mir vorbeigegangen. Das waren für mich eigentlich... Inzwischen ist es ja anders. Aber für mich waren es einfach nur Abzockfallen. Wo immer mehr Pokémon hinterher geschoben wurde. Später natürlich auch Digimon. Die natürlich nur aus der Begeisterung, aus der Liebe zu den Digimon entstanden sind. Und nicht etwa wegen dem finanziellen Erfolg von Pokémon. Oder so etwas. Naja, auf jeden Fall. Du musst sie alle sammeln. Es gibt ja inzwischen schon drei Milliarden Stück. Das war gelogen. Aber gefühlt drei Milliarden. So. Ähm, was ich machen wollte ursprünglich. Ich will das kurz erklären. Ich hab so... Eigentlich hab ich nur gedacht, ich baue da hinten jetzt ein Feld dran. An das Ding hier. Das ist natürlich eine schöne Sache. Theoretisch. Da fehlt eigentlich noch Wasser. Wir brauchen noch einen Eimer mit Wasser. Ich hol mal eben ganz kurz einen Eimer mit Wasser. Und äh, ich wollte aber eigentlich noch ein Wohnzimmer dran bauen. So einen Wohnraum. Ich hätte auch gern noch ein... Ein Abort. Wie es so schön heißt. Also da, wo man quasi... Äh, Nahrungsend... Nahrung eng lagern kann. Wenn die einmal durchgelaufen ist durch den Körper. Und äh, auch noch vielleicht was zum Duschen. Wir haben noch nie eine Dusche gebaut. In diesem ganzen Ding haben wir nie eine Dusche gebaut. Das ist so ekelhaft eigentlich. Wir sind voll die Schweine. Du bleibst draußen. So, auf jeden Fall... Muss ich erstmal ein bisschen Sachen ablagern, damit ich überhaupt wieder was bauen kann. Hier ist eh voll unsere wohl sortierten Kisten. Das klappt ja super unten mit dem Lager. Aber egal. Wir schmeißen hier jetzt erstmal ein bisschen dat, dat, äh, rein. Nase juckt. Schmeiß ich das auch nochmal schnell rein. Und die Treppen brauchen wir auch nicht. Kobbels. Zwei Stück, ganz wichtig. Fichtenholzbretter. Ich schmeiß hier erstmal ein bisschen was rein. Hier haben wir noch Fichtenholzbretter. Andere. Die Elf nehme ich mal mit. Man weiß ja nie, wozu es gut ist. Weiße Wolle haben wir eine gefunden irgendwo. Ich weiß gar nicht warum. 39 Semichki haben wir noch. Die schmeiß ich mal da rein. Hier haben wir noch Slips. Und, äh, natürlich haben wir noch Fritz. Den halten wir. Den behalten wir natürlich im Inventar. Der ist wichtig. Der hält hier den mentalen Support hoch. So.